Ich habe heute mitgebracht Golem von Matthew Delaney, nach vielen Jahren endlich sein lang ersehnter zweiter Roman. Es geht in dem Buch um unsere Zukunft, um unsere nahe Zukunft im Jahr 2049. Das menschliche Genom wurde entschlüsselt. Es ist möglich, heute tödliche Krankheiten zu heilen. Diese Medikamente werden an der Börse hochgehandelt, wie heute Devisen. Die marktführende Firma, die mit diesen Medikamenten an der Börse handelt, nennt sich Genico. Der Inhaber dieser Firma überlegt, in den Ruhestand zu gehen und muss jetzt seine Firma einem Nachkommen vermachen. Er hat zwei Söhne. Einen Sohn, der an der Börse arbeitet, der kalt und gefühllos ist. Und er hat einen Stiefsohn, der ganz anders ist. Und zu der Überraschung seines Sohnes vermacht er aber seinem Stiefsohn, Thomas Roosevelt, diese Firma. Neben den Menschen gibt es in dieser Zukunft Transkriptoren. Das sind künstlich erschaffene Menschen, die keine Rechte haben, die keine Gefühle haben, die keine Seele haben, die dazu erschaffen wurden, uns den Alltag zu erleichtern. Es passiert ein Mord innerhalb der Firma und Thomas Roosevelt bekommt diesen Mord in die Schuhe geschoben. Man nimmt ihm alles, man nimmt ihm seine komplette Existenz. Man unterstellt ihm ein Transkriptor zu sein, was er nicht glauben kann. Man bringt seine Frau um. Man nimmt ihm alle seine Papiere, seine Konten weg. Man nimmt ihm seine Wohnung weg und man steckt ihn in ein Lager für entflohene, gewalttätige, straftätige Transkriptoren. In diesen Lagern werden die Transkriptoren trainiert. Die werden zu Kampfmaschinen gemacht und werden zum Vergnügen der Reichen und Schönen regelmäßig in eine Arena geführt und müssen dort Schlachten austragen, historische Schlachten. Thomas entwickelt sich vom Opfer zur Kampfmaschine und letztendlich zum Rächer. Dieses Buch ist wahnsinnig dick und am Anfang überlegt man sich, wie will ich mir das antun? Und wenn man 50 Seiten gelesen hat, kann man nicht mehr aufhören und fängt an, sich die Kapitel in kleine Teile einzuteilen, damit man möglichst lange was von hat, weil es sich unheimlich schnell liest. Ich würde das Leuten empfehlen, die zum Beispiel Filme wie Blade Runner gucken oder Leuten, denen unser Buchspion Nummer 16 gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.